erfahren sie wie sie überweisungen schnell und einfach ausführen um eine überweisung durchzuführen wählen sie den punkt überweisung im bereich banking und verträge oder steigen sie direkt über das gewünschte konto ein überprüfen oder ändern sie das entsprechende belastungskonto mit der funktion scan to bank können sie rechnungen hochladen das system erkennt automatisch die relevanten überweisungsdaten wie aus dem bisherigen online banking gewohnt werden der name und die e-bahn aus bereits getätigten überweisungen eigenen konten sowie vorlagen vervollständigt sobald mit der eingabe begonnen wird handelt es sich um einen neuen zahlungsempfänger erfassen sie wie bisher name e-bahn überweisungsbetrag und optional einen verwendungszweck sie haben die möglichkeit über das kalender icon eine überweisung per termin zu beauftragen ist ihr online verfügbarer betrag zu gering können sie diesen über die funktion limit ändern direkt anpassen weitere informationen erhalten sie in einem separaten video im nächsten schritt können sie ihre eingaben noch einmal prüfen und gegebenenfalls ändern ansonsten bestätigen sie den auftrag mit dem von ihnen gewählten sicherheitsverfahren im gezeigten fall per direktfreigabe über unsere app bb bank secure go plus die überweisung wurde erfolgreich durchgeführt eine auftragsbestätigung können sie ausdrucken oder als pdf abspeichern